Wir starten mit dem Nio KQi3 Sport. Dieser Elektroscooter besteht komplett aus Aluminium und ist mit einem 300 Watt starken Hinterradnabenmotor für Steigungen und Gefälle von bis zu 15 Grad ausgestattet. Der elektrische Roller schafft Geschwindigkeiten von bis zu 20 Kilometern pro Stunde und eine Reichweite von bis zu 40 Kilometern. Er kann einer Traglast von maximal 100 Kilogramm standhalten. Betrieben wird der Motor von einem 48 Volt Lithium Akku mit einer Kapazität von 7,8 Amperestunden und einer Ladezeit von 5 Stunden. Der Elektroscooter bietet insgesamt vier Unterstützungsmodi, E-Safe, Sport, Fußgänger und einen benutzerdefinierten Modus. Er verfügt zudem über einen 3 Watt starken LED Frontscheinwerfer, Bremslichter und eine mechanische Klingel. Dadurch soll eine Sichtbarkeit von bis zu 20 Metern gegeben sein. Das bei der amerikanischen Variante vorhandene Halo-Licht gibt es beim deutschen Modell laut Hersteller derzeit noch nicht. Dafür hat der elektrische Roller ein LED-Display für die Anzeige von Geschwindigkeitsinformationen und eine Bluetooth-Funktion für die Verbindung zur Nio App. So soll sich der E-Scooter sperren lassen oder es ist die Überprüfung von Fahrstatistiken möglich. Darüber hinaus hat das Modell die Schutzklasse IP54 gegen Spritzwasser.